Korrupt ist eigentlich ein krasses Perk für Blight, äh für Perk, äh für Lint, Leech, für Spirit. Endlich Chaos, wieder Big Brain. Äh, wie heißt denn der jetzt hier, der Kobold? Äh, der Kobold. Ah, Bruder. Äh, hier, Gundive, glaube ich. Ja, genau, Gundive. So stelle ich mich mir gerade vor. Easy. Wobei Dumbledore auch so funktionieren würde. Der Kobold Gandalf. Ja, der Kobold. Gandalf der Weise oder der Graue? Der Weise. Gibt es davon zwei? Gut, dann traden wir halt. Oder? Ja! 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 Wichtig! Das stärkt gerade das Vorgehen. Also am Schalter wusste ich zum Beispiel auch nicht. Finde ich, also wenn sie das doch so geändert haben, dann verstehe ich das nicht, warum du am, äh, dafür, warum, warum, dann, dann, dann verstehe ich nicht, warum, warum, äh, warum die, äh, warum, äh, ach, äh, ach, äh, Digga, warum die das, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ist nicht wussten. Dann haben, haben die, äh, haben die, 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 ähm, der, der, äh, den Dunen. Ach, keine Ahnung. Nicht drauf. Valkyria hat was mit Wikinger zu tun. Hä? Ich dachte, Valkyren sind doch die Valkyren da. Ja. Hast du nen 4K gemacht, gehst du zu Geistig. Wenn du mit da nen 4K gemacht hast, gehst du zu Trapper, dann zu Nurse. Ah, ich verstehe. So. Damit ist die, nein! Nein! Junge, ich scheiße weg. Den zieh ich weg. Oder auch nicht. Ich hab, ich hab's gesagt. Mit Ansage. Iiiiiiiiihihi. Nee. Nein!